Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von, what the fuck, das ging ja schnell, Black Ops 2. Hier ist der Kadizawa von VW Gaming und dazu sind noch der Ultra, Hallöchen, und der Dominik. Servus Leute, auch ein Willkommen von mir. Das Spiel beginnt. Ja, wir spielen hier Overflow, frei für alle. Und wir mussten leider ein bisschen umdisponieren. Wichser, du verdammter Wichser! Ja, wir mussten leider ein bisschen umdisponieren, wir spielen heute kein Team Deathmatch 2 gegen 2, sondern ein frei für alle. Also mit drei Leuten, weil der lieber Heinrich nicht kann. Oh, da bist du doch ein Wichser! Und ja, heute ist auch immer noch die Bestrafung. Und die gleiche, wo er ist eine Bestrafung immer noch vorhanden, was wir euch versprochen haben. Scheiße. Ja! Leute, ich hab euch doch nicht einmal hier sehen. Ich seh ich auch nicht. Find ich den höher feierlich. Leute, ich muss noch meinen Tod lang. Kannst du sagen, mit welchen Waffen wir jetzt hier... Achso, ja, ich spiel mir das gar... Ha? H? Ist geil, H? Ich spiel mit der M27. Schnelles Mag... Ne, warte. Doppeltes Magazin ist das, glaub ich. Und so einer geilen Lackierung. Oh ja, sie ist grün, die Lackierung. Sie hört mich an. Und, äh, Vollmantelgeschoss. Und als Abschussserien einmal sterben, äh, wegen... Da könnt ihr die Waffe sehen, die grüne Waffe... What the fuck, sieht die geil aus. Ja, war... Hab ich mir gekauft. Okay, spiel wir jetzt einfach mal mit seiner Waffe weiter. Ähm, ja. Ich hab als Punkteserien, glaube ich... Warte mal, was hatte ich denn gerade noch? Ähm, 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 ähm... Der vierte... Nein, er fickt dich, du... Du Huren. Nein, er war ein verdammtes Auto, wo ich gehe, gesprungen bin. Die vierte... Person konnte heute leider nicht, weil er im Moment verhindert ist, da er auf der Gamescom ist. Da könnt ihr euch auch... Da könnt ihr gespannt sein auf ein Video, was ich dann nochmal hier die Tage zusammen schneiden werde, wenn ich mal die Daten von ihm bekomme, weil die Internetrat in Köln im Hotel bei ihm nicht so gut ist und deswegen ich die Daten gestern noch nicht bekommen konnte am ersten Tag und deswegen noch nicht, äh... Video schneiden konnte und jetzt... Oh Gott, ich bin so schlecht, Alter. Ich fange an zu zittern beim Schießen, ey. Leute, wo seid ihr? Alkohol, geil. In der Treppe. Am Bank. Ich bin... ...auf der Map Overflow, oh mein Gott. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Life bei dir. Was passiert eigentlich, wenn ich den Tommauer-Erkill mache? Ich hab ihn mal gesehen. Ach du Scheiße, du warst das. Ich hab mich schon gedacht, der ist bestimmt hinter mir gewesen. Dreh mich mal jetzt nicht, jung. Oh mein Gott. Ich hab schon wieder jemanden gesehen. Ich krieg schon wieder hier Zustände. Nein! Verdammte Scheiße. Sag mal, was hab ich denn? Was? Ach du Scheiße, ey. Der Kim, der war so schlecht. Ich zieh die ganze Welt. Leute, ey. Ich bin mir in der Runner-Klasse. Wie kann ich das sein, auf so einer Map? Ja, da muss ich eigentlich meine Taktik-Klasse nehmen. Ach, jetzt weiß ich auch warum, Alter. Meine Empfindlichkeit von meiner Maus ist so krass hochgestellt. Was hab ich denn hier gemacht? Und trotzdem bist du tot. Ja, ich muss ja erst mal hier umstellen, Leute. Ach so, ist das fein. Oh, ist das geil. Leck mich. Alter, wieso du? Hure fängt hier an mit Claymores in der Gegend rum. Alter, ist das schul. Ne, da fangen wir schon die Sackhaare an zu. Leuchten, keine Ahnung. Das ist falsch. Okay, der leuchtet bei dir. Die Sackhaare fängt ja schon an zu leuchten. Alter, Fukushima-Style, Liga. Oh mein Gott. Oh, was war das? Ich wollte einfach eine Granate. Da war ein Tomahawk mit dabei. Du, du, du. Ich dachte mir, der kommt ja eh nicht. Oh, scheiße, die Wandern, ey. Scheiße. Aber wir sind nur eine Zeit über 20 Minuten gemacht. Und ich bin gleich fertig mit 30, gehst du dann? Dann? Alter, ey, nee. Ja, dann spielt er sich am Puller. Ah, da sieht man es ja. Oh, ja. Ja, Dominik ist im Moment am Overflow. Ja, am Overflow. Oh, du Wichser. Mein Aim-Lutscht hier so hart, Sack. Ich hab Angst hinter jeder Ecke, dass da so eine scheiß Claimor liegt. Ich hab doch nicht eine gesehen, eine Claimor. Ich hab sogar schon eine kaputt gemacht. Du Hure. Du Hure. Ich stürte dich. Warum? Ey, da will man einmal nachladen. Warum? Nein. Oh, mein Gott. Jo, da bist gerade an mir vorbeigelaufen. Man merkt es nicht. Wer? Dominik. Weiß ich nicht, den kenn ich nicht. Den kenn ich nicht. Den kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Kann man den essen? Ja, mach sie kaputt, schieß drauf. Aber nicht, wenn du drin stehst. Ihr habt meine Claimor kaputt gemacht. Warum nicht? Ja, ich hab auch schon eine zerstört. Wieso macht die mal meine Claimors kaputt? War denn die Claimor war so scheiße gesetzt, sie war einfach mitten im Raum. Keine Ahnung, ich sitze sie mal irgendwo mal hin. Du rennst einfach durch die Map und legst die einfach random irgendwo hin, weißt du? Ja, natürlich. Und dann nicht. Ich benutze keine Claimors, ich hab einen Penis. Wichser. Okay, jetzt ist Klasse wählen und dann Packtik Klasse. Jetzt fängt der auch hier an mit Flamer oder was? Ne, ne, ich hab jetzt so eine komische Granaten. Du hast einen Schwein, Mann. Du hast einen Schwein, Mann. Schwein. Ich hab doch dich. Fick dich, Mann. Fick dich, da drin ist jemand. Mann, Mann, ist so viel Bauernscheiß, ey. Ich schieße dir die ganze Zeit auf die Füße. Mann, vor allem, du hast überhaupt nichts gemerkt. Ich hab extra so eine Granate reingeworfen, wo ich gesehen hab, wer da drin ist. Du Bastard, Alter. Ich hab dich grad gesehen. Du Bastard, ich hab dich gesehen. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Leck mich. Ich glaub mir, geht hier gleich einer ab. Hier. Was? Warum kommst du schießen um die Ecke, du kleiner Spaß? Weil ich dich singe, weil ich dich heute reinrennt sehen hab. Echt das? Oh, fick dich. Der kommt da auch noch mit so einer scheiß Cup 40 Akimbo, ey. Der ist schlimmer als die G-18 Akimbo. Der ist ja nicht ganz so schlimm, aber. Ja, ungefähr gleich. Der liegt schon wieder eine Claimershüse. Da wusste ich doch, warum? Boah, bist du schwul, was hast du denn für eine Waffe? Hier auf eine A94, ich hab keine Ahnung, was du sagst. Alter, da ist die überpaulste Waffe. Da süßchen. Mehr mit der Spielung, wie jeder. Welche Waffe? Die A94. Und mein Aim, das zackt schon wieder so hart. Danke für die Waffe. Die A94, die ist mich überpaulst. Warum schieße ich dreimal da? Alter, ich schieße die ganze Zeit neben dich. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Daniel, keine Claimershüse. Du Wichser. Ey, du hast jetzt warten müssen, bis er die Gesetze hat und dann raufschießen. Boah. Alter, wenn du mal aufhören, so viel zu sterben, ich hab jetzt alles. Ich kann bloß jetzt einsetzen. Nein, du Bitch. Oh, du Bitch. Oh, es ist Halle, du Bitch. Oh mein Gott, darum. Hahahaha. Hahahaha. Hörst du dich mal dran? Hunter Killer. Oh mein Gott. Ja, bleib in nem Haus, Yannick. Yannick. Yannick? Ach, kratsch, Yannick. Äh, Daniel. Ah. So viel Ds. Ja, Dominick, du schießt einfach... War das jetzt Dominick? Doni. War Daniel. Daniel, du schießt einfach mal durch die scheiß Mauer da durch. Läuft bei dir. Ich seh den Hunter Killer, ist der schlecht. Bleib jetzt die ganze Zeit irgendwo drinnen. Der Hunter Killer ist so gar nicht mehr da. Natürlich. Mann, du Höhle. Wollte ich ja endlich sagen, nicht sagen sollen, dass ich irgendwo drinnen bleib. Weißt, was das coole dran ist? Man nennt sowas Drohne. Drohne. Das ist keine Drohne, das ist ein scheiß Hunter Killer. Ich war und hatte den Drohnen. Ach so, du hattest... Was schon wieder? Ich schieße dir die Fresse, Mann! Was ist das? Was ist das ein Spass? We are right, ey. Geht doch, ich falle anders hin. Ich fang schon vor dir an, hier rauf zu ballern in deine... Wie auf... Ach du Scheiße! Ey, Mann! Mann, hör doch mal auf... Mann! Willst du mich verarschen? Tannere Bitch. Wichser! Da... Kommt er, ey. Na! Was? Was? Ey, ich hab die ganze Zeit Hitmarker bekommen, ungelogen, ey. Ey, wie viel du geschluckt hast, Alter. Ja, wie viel du geschluckt hast, Alter. Du schluckst genauso viel wie deine Mutter letztendlich. Weil meine Mutter, die schluckt nicht, die spuckt. Oh, der Kotze. Ja, Entschuldigung. Ich mach gleich das Fenster. Ja, mach ich gleich. Hele, Schwede. Oh, dieser Wichser! Habt ihr doch geschrieben. Ja, aber... Nein. Entschuldigung. Was? Warum? Warum zum Geier? Was? Der klaut in mir. Der klaut in mir. Der klaut in mir. Der klaut in mir. Du klaut in mir. Du klaut mir einfach mal. Eiskalt, ey. Daniel, du bist ne Arsch. Mein Name ist so... Ich bin... ... 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 Ihr dürft Goal-Unit spielen. Okay, meine liebe Freunde. Wir dürfen Goal-Unit spielen. Ich hab keinen Plan, was das ist. Ihr werdet es nächste Woche sehen. Haut rein. Viel Spaß. Ich überlasse den anderen beiden das letzte Wort. Ciao. Äh, Dorek hat eindeutig gesheetet, Leute. Wenn das kein Aim-Bot war, Leute. Wenn das kein Aim-Bot war, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ray, ne, echt? Ohne Scheiße, ich bin gerade auf so einer Seite, wo es fließt. Okay, ciao. Tschüss.